Heyo Leute, herzlich willkommen zu einer Folge Craft Attack mal wieder. Ich bin dabei, Leute, guckt mal mein ganzes Inventar, Alter. Ist einfach voll mit Emeralds und Papier und so weiter und so fort. Weil ich möchte gerne einen, ähm, Villager organisieren. Achtung, ich zeige euch jetzt mal das XXL Lager von Kevin und mir, wo wir gerade so immer ein bisschen dabei sind zu bauen. Guckt mal, erstmal hier die Geheimtür, habe ich euch in Videos noch nicht gezeigt. Und das hier ist das neue XXL Lager. Und für dieses XXL Lager brauchen wir Item Frames, ganz, ganz viele. Und deswegen brauche ich einen Villager, der die tradet, weil wir haben keine Kühe mehr, die hat Kevin alle gekillt. Und hier in dieses Lager kommen nur Blöcke, erstmal nur Blöcke, Leute. Das heißt, äh, ja, hier werden einfach alle Blöcke, die wir je erfarmt haben, einfach gelagert. Das wird so richtig heftig. Und dann wird noch ein Lager darüber kommen, also hier oben drauf, wo Items reinkommen, also Nahrung, äh, dies, das, dralala und hopsasa. Na, die kommen da alle hin. Jetzt brauchen wir allerdings einen Villager, der tradet. So, und dann nehmen wir erstmal hier den Kartograffer-Block, weil wir brauchen einen Kartograffer. Das steht an der Stelle einfach mal fest. So, wir machen hier mal ein bisschen Licht. So, und platzieren hier ein Boot. Jetzt müssen wir die nämlich hier rauskarren. Muss jetzt aber mal gucken. Alter, nee. Und die sind alle noch gleich. Ist das hier ein Kindergarten? Machen die alle Mittagsschlaf? Was ist hier los? Ja, hier. Den da brauche ich. Warum haben wir so viele Farmer? Hallo. Ähm, geh mal schlafen. Skate. Bitte, danke. Ah, nee, ich kann ja selber schlafen gehen. Ich trottel. Ha, ha, ha. Ich trottel. Warte. Ich kann selbst. So. Guten Morgen. Jetzt müssen die doch alle aufstehen. Ah, die haben sich alle lieb hier. Okay. Okay, wir müssen einen aber entführen. Aber bitte keinen kleinen. Die kleinen dürfen nicht... Nein, 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 nein. Ihr dürft nicht raus. Ihr dürft nicht mit dem fremden Basti mitgehen. Auf keinen Fall. Na? Geht nicht mit Fremden mit. Ich habe nichts Süßes dabei. So, wir brauchen hier auf jeden Fall einen. Kommt schon. Wo ist er denn? Wo ist er denn der da? Hier, die brauche ich. Geht. Geh. Du wirst Kartograffer. Komm. Na, komm schon. Nein, 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 nein. Weh, da ist jetzt ein Kind drin gelandet. Okay. Könnten die mal... Hallo? Hallo, ihr Villager, Mann. Hier ist gar keiner drin. Ich brauche einen, der mit mir geht. So einen kleinen will ich nicht, weil der kann noch nichts. Maut da hinten so einen großen... Mädels, jetzt kommt mal mit los. Los. Äh, die werfen... Ah, die haben Steakbrode gekriegt. Ja, danke Allah. Geh doch jetzt mal... Der Typ hier. Wart mal, wir machen jetzt folgendes. Hallo. Du, mit dir muss ich traden. Nein, 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 nein. Es darf keiner in das Boot. Nein, 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 nein. Nicht der Farmer. Ach, Mann. Ach, Mann. Nein, und nicht der Kleine. Nein. Sie entkommen. Oh, Gott. Villager, wie ich sie... Liebe, ne? Ah, ich krieg die Krise. Mann. Nicht die Farmer. Was mach ich denn jetzt? Wie mach ich denn das jetzt? Ich muss traden mit dem einen. Der da. Dieser Limmel hier. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Was? Er ist wohl der Stalker. Er rennt einem Kind hinterher. Hallo. Ja. Ich muss jetzt einen von euch... Ach, ich krieg die Krise. Ich krieg echt die Krise. Moment, Leute. Wir müssen hier... Heilige Scheiße. Wart mal. Kann ich hier Blöcke platzieren? Ja, ich... Die dürfen hier nicht raus. Das ist das Problem gerade. Ich muss das Boot jetzt zerstören. Oh. Ja. Alter. Was war das für ein geiler Schlag, Mann. So, und jetzt will der da rein. Hä? Der ist da rein. Der ist da drin gelandet. Wie noch was? Oh, mein Gott. Aber ich hab ihn ja nicht verletzt. Der ist hier rausgeploppt. Und ist dann da hin. Okay, gut. Das ist schon mal gut. So. Jetzt. Hier. Kommt zu mir. Ihr dürft entkommen. Hier, der da. Der da. Der da. Der da. Der da. Der da. Entkommen. Oder du. Du. Hier. Freiheit. Freiheit. Komm schon. Komm. Freiheit. Freiheit. Nicht für die Farmer. Nein, die Farmer müssen weiter. Hier. 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 Warte. Freiheit. Freiheit. Da. Hashtag Freiheit. Mann. Du darfst frei werden. Entkomme dem System. Los. Entkomme dem System. Hier. Hier. Ich biete euch die Freiheit an. Mann. Nein, nein, nein. Der Kindergarten kommt. Oh Gott. Nein, nein, nein. Alter. Was ist das? Hilfe. Ah. Oh Gott. So. Okay. Der Kindergarten ist wieder vorbei. Kommt. Jetzt. Hallo. Hallo. Geh doch jetzt. Bitte einfach. Ey, Leute. Ich verstehe es nicht. Diese Villager. Heilige Scheiße. Jetzt komm. Du. Freiheit. Ja. 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 Hier. Endlich einer, der es schätzt. Ernsthaft. Geh doch jetzt bitte. Geh in die Freiheit. Los. Nein, das Kind nicht. Nein, nein, nein. Nicht die Kinder. Oh Gott. Dieses Dreckskind, Mann. Es tut mir leid, dass ich schreie. Alter. Ich war so kurz davor. Ja. Hier. Du. Freiheit. Freiheit. Ja. Mann. Mann. Armen. So. Endlich. Endlich. Endlich einer, der es zu schätzen weiß. Ach Gott, ey. So. Und jetzt machen wir hier ein paar Schritte in die Richtung. Meine Güte. So. Aussteigen. Und du bist jetzt hoffentlich der Item Frame Villager. Hoffe ich so für dich. So. Er hat den Job angenommen. Das ist gut. Jetzt können wir erstmal das hier alles traden. So. So. Einmal voll getradet. Kurz warten. Jetzt müsste er level up gehen. Ja. Er ist level up. Und jetzt tradet er das hier. So. Warte mal. Machen wir erstmal. Ja. So. Ocean Explorer Maps. Die brauchen wir alle gerade gar nicht. So. Leute. Ich finde die Sprache dieser Villager einfach göttlich. So. Jetzt hat er nichts mehr. Warten wir mal. Vielleicht geht es trotzdem. Ja. Neue Angebote. Geil. So. Neue Angebote. Noch mehr. Ja. Komm. Ja. Ja. Klar. Ja. Wir haben den Item Frame Villager. Ich fasse es nicht. Oh mein Gott. Direkt der erste in dieser Folge. Alter. Leute. Ich fasse es nicht. Ich fasse es gerade echt nicht. Alter. Wir haben den Item Frame Villager. Ha. Ha. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es. Ohne Scheiß. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe den Item Frame Villager. Ich bin gestern wieder ewig dran gesessen. Und jetzt habe ich den Item Frame Villager. Den müssen wir dann noch zombifizieren und so weiter. Damit wir ganz ganz viele davon bekommen. Ähm. Ich baue den jetzt noch kurz ein. Ich muss mir ganz kurz noch ein paar Blöcke holen. Und den bauen wir ein. Den safen wir jetzt richtig. Oh Gott. Wie geil. Wie geil. Wie geil. Wie geil. Kevin wird sich da abartig freuen. Leute. Lasst mal bitte ein Like und ein Abo da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und ein Like. Wenn euch die Folge gefällt. Alter. Geil. 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 Let's go. Let's go. So. Ich brauche irgendwelche Blöcke gerade mal. Ähm. Wart mal. Ich baue den jetzt. Äh. Hier mit solchen Blöcken kurz ein. Aber ich muss es dann auch noch ausleuchten. Wir haben bestimmt noch Clothstone. Hier. Ja. Geil. 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 Wir haben den Item Frame Villager. Und ohne Witz. Alter. Ich saß so lange dran. Und jetzt klappt es tatsächlich in der Aufnahme. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Oh mein Gott. Das ist ein richtiger Ehremann der hier. Das hier ist der richtige Ehremann. So warte mal. Eigentlich dürfte dem ja nichts passieren. Eigentlich dürfte dem ja nichts passieren. Despawnen tut er nicht. Na? So. Ich baue den jetzt hier einfach mal ein. So. So. Er kommt auch immer zu seinem Block. Der bleibt in dem Boot jetzt sitzen. Und dann machen wir hier eine kleine Clothstone Decke drüber. Dass keine Mobs drin spawnen. So. Das passt so. Der ist da drin. Ja. Geil, Alter. Geil. Okay. Mach mal noch. Warte. Ich will von oben. So. Alter. Überragend. Überragend. Hier oben wird kein Monster drauf spawnen können. Das ist auch gut. Das ist gut. So. Ich glaube er ist safe. Was das angeht. Da kommt kein Monster oben drauf. Es spawnt nichts. Alles gut. Hier sind überall weiterhin Fackeln. Das passt. Das passt. Ja. Geil, Mann. Ey. Ich freue mich gerade riesig. Ich freue mich gerade riesig, Leute. Ich bin jetzt auch kurz am überlegen. Also wir müssen den erst zombifizieren. Dass es sich richtig lohnt. Aber. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich jetzt schon welche kaufe. Ich meine sechs. Also komm. Kann man sich mal gönnen. Zehn Stück. Komm. Ich gönne mir jetzt schon mal welche. Und das Ding ist. Wie tut er sich. Äh. Mal refreshen, Leute. Wie kann der sich regenerieren? Das interessiert mich jetzt mal. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Das finde ich wichtig. Noch zu wissen. Ich glaube durch schlafen kann es sein. Aber ich kann jetzt hier hingehen. Und hier für unser Lager. Die ganzen Itemframes schon mal dran packen. Richtig geil. Richtig geil. So. Na. Und da kommt alles dran. Alles. Wir haben so viel Platz für alles jetzt. Leute. Woo. Ich freue mich gerade übertrieben mäßig. Ich finde es richtig geil. Deswegen würde ich mich mega freuen. Oh. Wenn ihr ein Like da lasst. Es war wirklich eine übertrieben geile Folge. Möchte ich an der Stelle mal sagen. Und ich hoffe Kevin freut sich auch. Ich glaube Kevin wird sich da übertrieben mäßig freuen. Bis zum nächsten Mal. Schaltet heute Abend wieder im Stream ein. Bis dann. Und tschüss.